Musik Klopp, 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 klopp Und dann hauen wir jetzt in dem Fall Fünf Stück Dann kommt jetzt mal ein bisschen Dings rein Apfelmus Klopp, 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 klopp Ähm, Posey? Ja? Hattest du damals eigentlich auch nicht viel Alkohol hergestellt? Das war dann später meine Haupteinnahmequelle Ich denke mal das heißt ja Ja Haupteinnahmequelle Ja, da kannst du ja das ganze Ding sowieso bewirtschaften Und dann im Grunde nur noch Cranberries anpflanzen Und gebe ihm Im Gewächshaus Dass da ein Damals rauskommt Clear and sunny all day Das heißt die Tiere können raus Wir freuen uns wieder Gute Nacht Ja, 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 ja Wir werden heute allerdings nicht noch Stardew Valley spielen Wir werden auch noch ein bisschen was anderes Das muss ich gleich vermerken Was weiß er links noch nicht Äh, mal kurz nachschauen Ah, ah, Elliot Hallo So, wie sieht's mir denn zum Glück aus? Wir sind verfl... Oh, die Fresse Gerade heute Und ich wette mit euch Hier sind die Dings fertig Ah, ist das Kind noch knuddeln Balk, wo bist? Komm her Juhu Wie heißt sie eigentlich nochmal? Lena? Luna? Luisa? Robin, Emily, Ken, Les Luna Ich hab sie Luna genannt, genau Sehr gut Ähm Alter, halt, 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 halt Hallo, Lea Da ist Ihr Video noch kurz mitnehmen Zip Bevor wir zu viel Zeit verschwenden hier Hallöchen I got up early and feed all the... Jörg Heute alle direkt federn Die federn sich mit... Oh, meine blöde... Schau, du... Die werden doch selbst versorgt Mann, echt Halt, aber 1, 2, 1, 2, 1, 2 So... Babab Einmal Zweimal Dreimal Ich würd mich jetzt mega freuen, wenn die Kürbse fertig werden Weil dann könnte man nämlich unser Glück noch mehr steigern Das wär nämlich jetzt der ultimative Traum Weil ich aber fast nicht glaube, dass es... Was mach ich mit der gleiche... Nein, nicht essen Da isst immer alles Posi, du hast ja jetzt im Überblick, ne, dass der Chat wird beflutet und zugespampt, ne? Das muss man immer aufpassen hier Ja, vor allem bei dir, äh, wie viele Jahre bist du denn schon in der Zukunft? Ich bin Realitätsfan, als Maul! Ähm... Ja... Ich bin nett in der Zukunft Ich... Ich... Ich seh das schon mal... Ich stell mich schon mal drauf ein, dass das... Dass du das eigentlich zukünftig immer machen wirst Für umsonst natürlich Ah, umsonst Äh... Ja? Wär schon so für ne Aufwandsentschädigung von... So ein paar isotonischen Getränken, oder? Ach so, wenn's nur das ist, ich dachte, du willst Geld Ich würde mich aber froh Also, du meinst sowas Bikara-Malz, ne? Ja, ne, das geht mir schon zu weit in die Richtung von Bier Ich glaub ich jetzt sowas trinken würde Ja, das ist du Niemals Wir geborenen Pazifist Das hat aber jetzt nichts mit Alkohol zu tun, oder? Ja, ne, aber das passt gut zusammen Du hast kein Alkohol Bist Pazifist natürlich parallel So, Kuh geknuddelt Unsere tägliche Runde Dann probieren wir's jetzt nochmal mit dem Angeln Vielleicht haben wir... Ah, genau, ich melke das Schaf Gibt ja auch Ziegenkäse... äh, Schafkäse Ich frag mich immer, wo... Was der für lange Ärme hat Wie könnt ihr bitte, wenn an der Kuh da unten dran steht Da oben das Schaf, wo in der anderen Richtung steht Melken, oder versuchen zu melken? Verstehe ich nie Hab ich noch nie verstanden Halt, komm her, Schweinchen Dankeschön Und dann hier rüber Und dann hier noch einmal geknuddelt Oh, die Drüffeln müssen wir dann im Grunde noch gucken Was kann man heute Abend machen? Ähm... Gibt's Milch? Uiuiuiuiuiuiuiui Mäh! Gebärrt mal Kinder, meine Freunde Ihr seid alt Kriegt bald Wechseljahre Sieben Monate Meine Güte, du Ah, das wird mir dann auch nichts mehr mit den Ziegen, du Man, 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 man Weiß ich, ich hab mich gefreut eigentlich, dass das relativ... Das heißt relativ schnell, aber dass es in einem gewissen Zeitraum schon passiert, dass die Tiere schwanger werden Nix gegen random, aber warum grad die Schweine? Die Kuh ist halt Ewigkeit im Grunde Gebärfreudig, ne? Kann halt so schwanger werden Ähm... Wird's aber nicht Tja Die blöde Sau Du hast halt einfach kein Glück Ne, also bei dem... In dem Fall echt nicht, aber sowas und gar nicht Oder? Und das... Nervt ein kleiiiines bisschen Weiß, beim Regen alles... Hör voll gar... Vorsicht, Arsch! Hehehehe Nun ja Bei allem war's dann im Endeffekt gar nicht mehr so... Ne? Ja, ich hatte halt relativ viel Zeit dadurch Jetzt hab ich die Milch nahe geschmissen Ah, gut, dann ist ja... Ist egal jetzt Äpfel hauen wir auch mal raus Ähm... Die Geode müssen wir allerdings mitnehmen Wir gehen gleich zum Blacksmith Lassen die verarbeiten Wenn... Wir Glück haben Wenn... Kriegen wir vielleicht was raus Guck mal, die Arbeitslose hat's vier Wieip! Doof Kuh da Ne, das ist nix Ähm... Stadt bitte Ich hatte einmal den Fall Da bin ich von... Marni Also von der... Von der... Teine wo du die Tiere kaufst Nach rechts gelaufen Zur... Ähm... Richtung Stadt Und genau am Eingang der Stadt war eine Pflanze Und ich konnte die Pflanze nicht abbauen Weil da ist nicht direkt das Pferd gestiegen Ja... Das ist... Ja, ne? Und ich hab das Pferd von da nicht wegbekommen Bis Sean gekommen ist Ist da lang gelaufen Hat sich aufgeregt und hat die Pflanze niedergetrampelt Ich denke mal so... Mhm... Ich sag's, da kommt nur Schrott raus Nur... Schrott... Danke... Sehr lieb von Ihnen Danke schön, scheiß Paldermann Ah... Ich will im Grunde eigentlich grad gar nicht angeln gehen Aber langsam kratzt mich das ganze Angeln an Ich hab so die Fresse voll davon Ey, das... Ja, das ist es ja Das ist im Grunde eigentlich eine von den letzten großen Aufgaben Die ich noch vor mir hab Und dann noch gucken, dass ein bisschen Geld produziert wird Vielleicht... Vielleicht dann noch By the way... Ähm... Das Museum vollständig wird Wenn ich's hinkrieg Aber... Ähm... Ja... Und ich komm jetzt mal her und angel jetzt halt mal Ähm... Ganz bewusst Woanders Vielleicht... Ist ja da die Dropshow so höher Steht da leider nix drin Ja... Es ist halt echt... Frustrierend Schwer frustrierend Aber langsam nervt mich das echt ab Es geht Es ist... Es ist... Natürlich liegt da jetzt auch noch ein gottverdammter Stein Gibt das Ding her Was haben wir heute? Oh, morgen kommt die Tante wieder Vielleicht verkauft die uns ein paar... Paar Kürbisse Ja... Da hast du nicht mehr verpeilt Ja... Jetzt hast du... Bitte was? War ja schon öfter mal der Fall Dass du's da ein bisschen verpeilt hast Ja... Ja... Gelegentlich mal mit dir zu reden oder so Ja... 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 Die hat ja auch mal... Ja... Die hat ja an sich ja auch grad jetzt so nix mehr interessant für mich Na... Komm her Mach kaputt Danke Bei dem Typ der Ofen... Ach... Jetzt weil ich ja vergessen hab Da wollte ich mal gucken was man bei dem machen kann Old Master Connolly Still searching for the sweetest taste Kann auch sein das aktuell grad nur so oder... Das weiß ich nicht Was das wirkt noch? Hä? Habe ich grad was davon gegessen oder? War das noch aktiv? Habe ich irgendwas verpeilt? Oh ne Kiste! Posey! Drück mir die Daumen! Du ich! Bitte! Ich will nur ein Ei! Eins! Du machst es einem auch manchmal nicht leicht Bubi! Ich! Ja! Ich! Ja! Du... Ach... Ja! in der letzten zehn spielstunde kriegt das gibt es einfach nämlich habe so noch auf die jode zerfetzt ne schatztruhe das ist völlig egal ist ein artefakt das kann überall tropper es ist ja aber aus geboten oder bei monstern kannst du es nur in der mine finden das ist es halt es ist halt der andere punkt also jetzt runterzugehen sich da durchzuklopfen ist natürlich die eine sache wie groß da natürlich die wahrscheinlichkeit ist oder sich das ganze reinhackt ist natürlich oh ich habe eine kräfte gefunden aber es ist halt einfach ich kann auch mal in die mine gehen klar oder oder wenn ich kürbis dinge aber jetzt habe ich aufgepasst das war scheiße wenn ich den kürbis kürbissuppe habt dann natürlich zwei glück mehr dann wäre es natürlich noch mal eine ecke besser vielleicht an so einem tag wie heute wo das glück die hold ist das glück ist auf deiner seite und ist sehr hoch deswegen kriege ich jetzt keine kiste ich habe mir da wirklich so viel durch gelesen ist ja eine drop chance halt das ist kommt es ist ein artefakt ich habe so viele artefakte doppelt bekommen sachen keine ahnung habe ich irgendwas verbockt war ich zu nett zu den leuten muss ich mehr arschloch sein oder mehr alkohol verkaufen auf jeden fall oder so du fishing tackle hast worn out ja das habe ich auch gerade gesehen mich juckt es an der mütze du hallo ich will eine kiste sie haben heute sehr viel glück und gehen deswegen keine kisten dankeschön wenn ich diesen scheiß für dieses scheiß ei finde da mache ich einen cut in der aufnahme vielleicht auch nicht vielleicht will ich es ja schon mal ausbrüten lassen und noch mit dino eier züchte und dann die wälterschaft an mich reise ich glaube das ist eine gute idee sind zwar nur kleine dinos aber dann könnte ich millionen heranzüchten tief durchatmen und pressen warte man jetzt war der falsche kurs kennt ihr das es sucht was ewig und vor allem denkt das so oh shit es hört meine arschritze ich habe mich vorhin drauf gesetzt hey weißt du wo mein handy ist du ruhst mich gerade an oh danke so ungefähr fühlt man sich dann wahrscheinlich wenn ich das wenn ich den kopf von der hat weil ich habe so einen haufen artefakt inzwischen doppelt bekommen und dreifach und vierfach aber kein verschissenes ei ja es ist das ist das posi google mal gibt es da irgendeinen cheat code haha der cheat engine würde scheiße ey das ist auch nicht mehr schön weil ich habe auf der wiki nachgeschaut kannst du vielleicht mal gucken parallel wenn du dir wirst ähm ob es da eine andere seite gibt wo vielleicht irgendwelche erfahrungsberichte drin stehen das war cool weil ich habe so extra beim angeln das zu den skill genommen dass ich mehr inhalte in den truhen dann rauskrieg sie haben müll gefunden ein glücklicher tag für sie bist du gerade am gucken ja ja ok danke dann sind wir gespannt was da rauskommt da dabei weil ich weiß es aktuell gerade nicht ach so ich habe aber mein dings draußen ah meine dings ist ja die stimmt ja so jetzt soft runter mit dem kind sehr schön na komm 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 so ist brav wir müssen unser Futter wieder nehmen dass wir mehr ähm unsere chancen für den anbis höher wird einfach beim angel Dann geht vielleicht auch ein bisschen die Chance, dass wir eine Kiste bekommen. Ich weiß es nicht. Das ist ja alles wieder Vermutung. Zumindest vom Prinzip her macht es so einen Eindruck. Die Erfahrungsbrüche aus 20 Stunden Angeln. Dass ich Driftwirt finde. Yo. So, schmeißen wir gleich mal wieder weg. Schmeißen wir das Angestellte raus. Wir streamen seit... So, das gibt mal wieder nur reine Angelfolge. Das wird mal richtig wieder schön enttäuschen. Harry Potter's gottverdammte Brille. Broken glasses. Vor allem frage ich mich... Stellenweise ist in den Seen zu viel Müll drin. Du müsstest eigentlich permanent was rausangeln. Beziehungsweise sogar schon sehen, wo der Müll liegt. Da hausen die Fische drin. Als versteckt für die Nacht. So, jetzt bitte aber. Sonst gehe ich jetzt am nächsten Tag einfach in die Mine runter. Und klopfe mich dadurch. Das gibt es doch nicht. Vor allem da dürfte es keine Lebösen mehr geben. Ich verseuche die ganzen Gewässer. Oh, eine Kiste. Ui, 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 ui. In der Lavamine... Also in der... Ding selber... ...hatte ich ja das Glück, dass... ...in dem Lavateil, wo dieser seltene Fisch war, dass da sogar eine Kiste gespawnt ist. Die Kiste hatte ich sogar. Aber ich habe den Fisch nicht mehr bekommen. Mann, das frustriert mich immer noch, wenn ich daran denke. Leute, das ist gerade so. Schon was gefunden Effektives? Immer nur dasselbe. Kannst du durch die Würmer Schatzkisten bekommen, ja. Und halt Monster-Kills, ne. Also in der Mine halt. Da war auch, glaube ich, irgendwas. Steht irgendwie eine Drop-Chance dran oder so. Ein Erdkristall, okay. Da muss ich sagen, da bin ich ja überrascht, dass ich sowas mal wieder finde. Das ist ja echt schon ewig jetzt, dass wir sowas mal hatten. Das ist jetzt echt wirklich ewig her. Naja gut, ich habe dir gesagt, halt, ne. Yep. Verlässt mich jetzt, ne. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, und wir plagen uns hier dann weiterhin alleine ab. Ne? Wie es halt des Öfteren so ist. Leider. Was ich sagen, meine ganzen Mann. Wenn ihr Fragen habt oder die man sprechen wollt, gerne in die Kommentare schreibt. In den Chat schreibt in die Kommentare. Das ist erst ein bisschen später. Wenn es auf YouTube ver... Alter, was ging bei dir ab? Hast du es mal anders überlegt, mein Freund? Der Gedanke war auch schon, dass man in den Minen vielleicht eine bessere Chance bekommt, aber... Da beißt ihr nix an. Bei... Habt da eine Idee. Habt da eine Idee. Kiste? 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 Keine Kiste. Habt da eine Idee. Das probieren wir morgen mal. Das probieren wir am nächsten Tag. Wir gehen in die Mine. Ich glaube, Etage 40 oder 60 war das. Da beißen sehr oft Fische. Vielleicht haben wir da eher das Glück, dass wir da eine Dings rausbekommen. Das blöde Dino-Ei. Deswegen hab ich extra einen Big Corp gebaut. New Records. Woodskip. Sex Frozen Geode. Alter. Schlappen. Krass. Sehr krass. Doch. Muss ich sagen. Ja, ja. Und sonst, was macht ihr heute noch? Habt ihr heute was vor? Geht ihr noch weg? Bisschen feiern. Party. Nicht? Keiner was dazu... Achso, warte mal. Ich hab ein Teelett drin. Zehn Sekunden später. Da muss ich mal... Wenn ich was sage, dann brauche ich hier so eine Uhr und drücke ich drauf. Und dann gucke ich drauf. So, hey. Außer, oh, das war jetzt blöd. Ähm, und dann zehn Sekunden später kann ich nochmal gucken. Hey, okay, sie schreiben etwas, wo sie schreiben nichts. Je nachdem. Ah, ja doch, ich glaub wir gehen morgen in die Biene. Doch, das wird eine gute Idee. Dann gehen wir da mal ein bisschen weg. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. So ist es ja ein verzweifelter Streamer, schräg schräg Let's Player. Mensch, Arbus. Ich bin auch noch eine Kiste und dann gehen wir schlafen im Spiel. Muss ich ja so sagen. Nicht so, weil so schlafen geht es ein bisschen früh. Ähm, ja, und dann schauen wir mal an. Dann probieren wir einfach mal, nicht wirklich vielleicht, ähm, in der Miene ein bisschen mehr Glück haben. I don't know. Ich bin total überfordert. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir geht da, ich, ähm, ja. Ja, ja, ja. Ach so, das ist, äh, ja, ja. Ich sehe es gerade. Das Ding ist wieder aus. Da oben. Ähm. Über was können wir reden. Genau. Ähm. War vor kurzem auf dem Volksfest. Was hat man eigentlich schon gesagt? Doch, das hat man eigentlich schon gesagt. Äh, da war das. Da war das. Ja, mein Autopobjekt wieder. Yay. Softwarefehler wieder einmal. Yay. Aber nur im fünften, sechsten Gang. Und das auch nicht immer. Nur gelegentlich. Schön interessante Sache. Ich kann von... Schön doof. Ich kann jetzt trotzdem mal wieder noch eine Kiste kommen. Eine. Bitte. Kann auch Müll drin sein. Ist vollkommen okay. Ich will nur eine Kiste. Geht nur ins Prinzip. Keine. Nee. Nicht mal eine. Takar. Ich schmeiß dich rein als Megaköder. Ist das in Ordnung? Du hast ein treues Pferd. Ich werde dich nie vergessen. Ich glaube, du bist ja nicht einverstanden, wie es aussieht. Na gut. Dann halt nicht. Doofes Pferd. Da weiß ich gar nichts. Du hast meine Kiste. Kriegt man Antidepressiva auch ohne Medikament? Kiste. Nein, 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 nein. Boogie, boogie, boogie. Fass aus jetzt nicht. Fass aus jetzt auch nicht. Nein, 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 nein. Ach, you fishing tackle has worn out or were. Habe ich da was verpasst? Weil es ist halt gar nicht mehr gestoppt. Scheiß drauf. Ist egal. Ja. Ist voll super. So, ganz jetzt sind wir nicht darauf geachtet Das wäre mal die Wahrscheinlichkeit Ja, theoretisch ja Aber es heißt ja auch in der Wiki Es kommt im Grunde Aus den Kisten raus Und da ist es im Grunde eigentlich Theoretisch völlig egal wo Theoretisch Praktischerweise dachte ich für meinen Teil Sogar es wäre in der Wüste Logischer, weil da liegt ein Drachenskelett Schlussfolger, könnte ja auch Dracheneier sein Aber ist es ja nicht Netterweise Oh, wenigstens Robin arbeitet Wenigstens ein Mensch, der was arbeitet So, wir machen hier dann noch die Läden zu Für unsere Tierlees Sonst kriegen die nicht Panik, vor allem die Ziegen Die sind dann richtig angefressen Dann verkaufen wir den Schund noch Den wir gekriegt haben Abhängig davon, das können wir da reinschmeißen Und dann gucken wir mal Hä? Ach so Das geht nicht Okay Ich hätte jetzt gedacht, wir können da vielleicht Aber gut Okay, alt Ach so, Inventarfall Du, dich, 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 dich Dich, nicht die Geode, Herr Buggi Nicht die Geode Die hatten sie schon mal versehentlich rausgekickt Ach, hau weg So Ja, ist mir nicht schon mal passiert Hab ich glaube, sechs Geode verkauft Und mir ist mir aufgefallen So Yo Das war so, jetzt nicht wirklich intelligent Was ich da getan hab Der Erdkristall Haben wir sowas überhaupt noch? Tatsächlich einen Jetzt haben wir zwei Bin fasziniert Gut, dann gehen wir jetzt Sayabubu machen Morgen wird ein schrecklicher Tag Morgen regnet's Ach so, ja, okay Dann geht's ja So Nehmt der Freund schlafen Die uns niemand liebt Oder aber nur noch denkt so Ich bin nur bei ihm Weil er Weil er mir ein Brandenröhr geschoben hat Und weil er Geld hat Wegen mehr nicht Ja, ja So wird sie bei uns denken Weil wir nur noch am Angeln sind Wie ein Kranker Und wir haben heute Richtig viel Pech Das war eigentlich nicht ernst gemeint Hab Spuck's aus Danke Du brauchst Alkohol, gell? Ich kenn dich Ohne funktionierst du nicht Hier Oh, ist ein kleiner Mann Und thank you Ach so Ich hab den ganzen Sack rausgenommen Ups Das wollte ich jetzt nicht Ich hab's halt wieder It's fun to be a parent Ja, ja, ja So, drei Stück Das muss ausreichen Kind, komm Schmeiß mir die So Ein paar Mal hochgeschmissen Wie sieht's jetzt aus? Liebst du uns irgendwann auch mal mehr? Das Kind ist gefühlskalter einfach Wir können ihm auch nichts schenken Wir können es nur in die Luft schmeißen Mehr nicht, ne? Dass wir uns ja nicht irgendwie falsch verstehen Oder so Das Kind will nur in die Luft geschmissen werden So Die bringen wir heute noch zum Plexen Oder bringen wir die heute zum Plexen Dann heben wir die auf Wenn man einen guten Tag Ich glaube, die heben wir auf Für einen guten Tag, ne? Ich mach mal auf So, ich hab mir kurz ein bisschen anders hin Und ich klebe mit dem Rücken Wieder an der Lehne Das ist so Etwas Naja Ein etwas leicht unangenehmes Gefühl Kürbisse Ich weiß nicht mehr, was ich mache Das ist Wer merkt's gerade Mir gehen die Worte Gedanken Alles aus Aber unsere Tiere können wir halt rauslassen Wenigstens wissen die können was Zum Haushalt mit beisteuern Ähm Demnächst müssten Oh, die Cranberries Stimmt Die haben wir erst angepflanzt, ne? Die sollten aber demnächst auch Reif sein Muss man gleich mal angucken Nice Geht doch mal weg Haben wir dich schon? Ja, haben wir schon Perfekt Müssen nicht gleich soweit sein Wir schauen mal kurz Rüber Sobald wir auch vorbeilaufen Robin baut noch Das finde ich gut Ihr könnt auch noch kurz durchknütteln Bugs Bunny Wen haben wir hier eigentlich? Taubi Ciri Wann ich euch Ciri genannt? Maya Matu Daher kommt der Name Du heißt wie? Posey Und das müsste Roger Rabbit sein Genau Sehr schön Hasen können sich aus dem Starter Valley Nicht fortpflanzen Hat mich etwas stark überrascht Gerade Hasen Warum Hasen nicht? Ja, ich weiß, ob unser Schafen nicht mehr Oh Mann Geh doch mal weg, du Kuh Danke So, jetzt brauchen wir hier kurz noch zum Und dann tun wir das hier kurz da Und das da Und das hier Und zack, zack, zack Zack So, erstmal abschnibbeln Dass sie mir ein bisschen enthart werden So Dann machen wir dich jetzt kurz Dass wir dich haben Dass wir ein bisschen reifelgenau sind Jetzt können wir dich noch kurz Und dann fällt der Kollege hier Oh, warte mal Ne, haben wir schon Ne, haben wir nicht Doch, haben wir Haben wir schon vier Stück? Ja, haben wir Okay, hab nichts gesagt Wir haben schon vier Stück Wir gehen weiter So, meine Kinders Raus mit euch Wir müssen mal noch kurz Die Farben ein bisschen ablaufen Habt ihr irgendwo Trüffel rumliegen? Weil die Zeit können wir uns heute nehmen Wir haben ja heute im Grunde So gesehen nicht viel zu tun Außer wenn wir in die Minisekunden Wieder rein mal zu angeln Ja Ach ja, für die Leute auf Twitch Die wissen es ja noch nicht Ich werde die Angel-Sessions allerdings Wenn ich es dann schneide Beschleunigen Dass sie ungefähr mit 50% höherer Geschwindigkeit Ablaufen dann Hatte ich ja mal auch schon geknuddelt Gut Ähm, sonst wäre das Ganze etwas Äh, ja C-flüssig Was jetzt wahrscheinlich eh schon ist Aber von daher Naja, damit es ein bisschen Eine Schonung hat das Ganze, ne Ne, die brauchen echt noch Ein ganzes Stück Die sind noch gar nicht mehr so weit Dafür ist der Alkohol soweit gut Der Wein Müssen wir gleich mal gucken Was wir da haben Und Dann Könnten wir Nein, da haben wir zu wenig Da haben wir zu wenig 21 Stück brauchen wir nämlich Ähm Machen wir davon mal was 21 Sehr schön Vorschmeißen wir das mal kurz rein Dann mal So Eventuell ein bisschen leerer So So Das Ei Und das Die Milch immer auf Du mal in den Kühlschrank ein Falls wir die später brauchen So Jetzt kommt die Mega-Taktik Nein, nicht essen So Eins, zwei Eins, zwei Zack Nein Nein, der Kickt Nein Nicht essen Jetzt Doch, auf Dankeschön Der will immer alles essen Der ist so verfuttert Der kriegt jeden Tag was Schönes zu essen Okay, nicht immer ganz Aber was haben wir da eigentlich gemacht Orangenwein Oh, da heben wir mal ein bisschen was davon auf Der ist gut So Und zwar Kommt da die Hälfte rein Halt Eins zurück Dankeschön So Daga Mitkommen Jetzt schmeißen wir das kurz hier Ach, die Milch hätte ich noch gleich reinschmeißen können Ja, 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 ja Ein Weg für umsonst Genau das, was ich eigentlich immer Verschaue, dass sie es definitiv vermeint Kostet alles zu viel Zeit So, 21 Da davon Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Milch Äh, Milch Kürbse Die fehlen uns noch Und wir Werden uns heute jetzt in die Mine bewegen So Taka Das backende Pferd Wie es backt Wie es backt Wie es backt So Dann kommen wir da ja Mine Dann checken wir das mal aus Ich meine, es wäre Ebene 60 gewesen Jupp So Dann ist es Lesen schon mal Dann ist es soweit Wir schlucken Unsere Rezeptur Werden nun uns hierhin bewegen Werden die Angeln auswerfen Und Wieder einmal Einen Tag erleben Wo wir nur angeln werden In aller Ruhe In aller Besinnlichkeit Ups Das war ein Reflex Entschuldigung Und dabei Die Liebe Kuh Beobachten werden Ich glaube, da ist es aber auch so Allgemeine Minas Mal echt noch Schrott rausbekommen Das ist ein Dauernd Mein 1% 0,8 Fishing Chests Mountain 0,8 Fishing Chests Ah, ne Ich sehe es gerade Was du geschrieben hast Ach du Scheiße Fishing Chests 0,16 Bis 0,18 Okay Wir gehen uns durch Klopfen Ich glaube, da haben wir die höhere Wahrscheinlichkeit Ab, runter mit uns So Da geht ein Gang runter Mining 1% Aber ganz ehrlich Das 1% Ist aber auch Sehr stark erlogen Muss ich sagen Also Laut Stimmen Ne Sehr gering Verdammt gering Aber wenn du wüsstest Was ich in den In diesen 80 Stunden Schon tot gemeint habe Das kann nicht mehr sein Aber ich habe extra Ich habe extra